Die FAA untersucht die Booster-Anomalie von New Glenn und den Trümmerregen von Starship 33. SpaceX montiert die Fanginfrastruktur an der zweiten Startrampe. China plant ein gigantisches Solarkraftwerk im Orbit und lässt erneut eine lange Marschrakete auf ein Dorf krachen. In Indien wurde das Antriebssystem für das erste Gaganyan-Raumschiff fertiggestellt. Die Trump-Administration erklärt Raumfahrt und den Mars zur Top-Priorität und weist die Nase an, Büros für Inklusion zu schließen. Und am Horizont zeichnet sich der Erstflug der Spektrum-Rakete von Isar Aerospace ab. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, der Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Die US-Luftfahrtbehörde FAA untersucht Berichte, wonach Trümmerteile des viergeschlagenen Starship-Testflug Nummer 7, am 16. Januar war das ja, auf den Turks- und Caicos-Inseln gelandet sind oder dort runtergekommen sind und die dann dort eventuell Sachschäden verursacht haben könnten. Laut SpaceX ging die Telemetrie der Oberstufe nach etwa 8 Minuten Flugzeit verloren. Erste Analysen weisen auf ein Problem mit dem Treibstoffsystem und einem Zwischenbereich am Heck des Starships hin. Ein abschließender Unfallbericht, der wird gemeinsam mit der FAA erstellt. In einer Erklärung bestätigt die FAA, dass SpaceX eine solche Unfalluntersuchung durchführen muss. Die Behörde, die arbeitet mit SpaceX und lokalen Behörden zusammen, um Berichte über Sachschäden in der Inselregion zu prüfen. Bisher wurden keine Verletzten gemeldet. Es gibt aber diverse Social-Media-Posts, die neben den spektakulären Aufnahmen des auseinandergebrochenen Starships S33 auch angeschwemmte Hitzekacheln zeigen. SpaceX betont, dass die Starship-Oberschufe innerhalb des vorgesehenen Startkorridors geflogen sei, der den Schutz der Öffentlichkeit am Boden, im Wasser und in der Luft gewährleisten soll. Alle verbleibenden Trümmerstücke, die seien laut SpaceX in die ausgewiesene Gefahrenzone gefallen. Das scheint aber nur bedingt richtig zu sein. Wie ich aus dem neuesten Video von Scott Manley weiß, wird eine Debris-Response-Area wohl nur aktiviert, wenn ein Raumfahrzeug beim Start versagt und dann Trümmer außerhalb der vorgesehenen Gefahrenzone landen. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt wissen Flugzeuge und Schiffe nichts davon, dass sie in einer Gefahrenzone unterwegs sind. Nach dem Auseinanderbrechen von Ship 33, da fielen Raketentrümmer nahe der Turks- und Caicos-Insel, also außerhalb der geplanten Gefahrenzone. Dank Notfallplänen für Trümmergebiete konnten Fluglotsen aber schnell reagieren. So wurden Flugzeuge aus der betroffenen Zone geleitet. Das führte dazu, dass auch mehrere Maschinen in Wadeschleifen gehalten werden mussten. Vereinzelt mussten Flugzeuge mit niedrigen Treibstoffständen umgeleitet werden. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn hier Schadensersatzforderungen von geschädigten Flugpassagieren und Airlines auf SpaceX zukommen. Sicherlich die gute Nachricht für SpaceX, die erfolgreiche Booster-Landung, auch wenn der Verlust der Oberstufe natürlich das Programm weiter verzögert. Schließlich sollten auf diesem Flug die neuen Starship-Version 2-Upgrades getestet werden. Super Heavy Booster 14, der wird nun in der Mega Bay untersucht. Und wer weiß, vielleicht wird er ja der erste Starship-Booster, der erneut fliegen darf. Gerade das Zurückbekommen von Hardware und das erneute Fliegen, das hat ja die Zuverlässigkeit und die Falcon 9-Startquote in nie dagewesene Höhen katapultiert. Der Fehlschlag jetzt von IFT-7, der enttäuscht natürlich, doch der liegt im Rahmen der von SpaceX ja sorgfältig gesetzten Erwartungen. Starship bleibt eine experimentelle Rakete. Die Testflüge, die dienen primär dazu, Daten zu sammeln, Probleme zu identifizieren und Lösungen zu entwickeln. Bauen, testen, scheitern, verbessern. IFT-8, der achte vollintegrierte Starship-Flug, der sollte ja auf den Erkenntnissen von Flug 7 aufbauen und sogar eine Landung der Oberstufe in der Starbase versuchen. Dieses ehrgeizige Ziel, das wird nun wohl auf einer deutlich späteren Mission erst erfolgen. Für regelmäßige Flüge und für die schnelle, vollständige Wiederverwendung von der Kombination aus Super Heavy Booster und Starship Oberstufe, da braucht es zwei Start- und vor allem Fangtürme. Der Turm von Pet B, der hat schon eine ganze Weile seine volle Höhe. Nun geht es an die Mechanik. Der Chopstick-Schlitten, der wurde diese Woche am Turm installiert. Jetzt geht es an die Montage der Fangarme, die sogenannten Chopsticks, diesmal in der verkürzten Variante. Mittlerweile wurden die Chopsticks auch schon am Schlitten befestigt. Mit Spannung erwarten wir aber natürlich auch den Abschluss der Arbeiten am Flammengraben und der dazugehörige Starttisch. Das Design wurde im Vergleich zum Startplatz A komplett überarbeitet und wird sehr wahrscheinlich auch die Blaupause für den Starship-Startplatz in Florida. In Florida wird nicht nur an einer Startanlage für das Starship gearbeitet, auch hier soll eine ganze Starship-Fertigung wie in Texas entstehen. Wie jetzt aus einem FAA-Dokument hervorgeht, soll die sogenannte Gigabay über 115 Meter hoch und bis August 2026 fertiggestellt werden. Ich hatte letzte Woche schon über die cryogenen Tests von Starship S34 auf dem Messys-Testgelände berichtet. Das wird ja dann die Oberstufe für den nächsten Flug. Es scheint die Tests gut überstanden zu haben und ist nun zurück in der Mega B2 und wird voraussichtlich Triebwerke und Klappen erhalten. Nachdem Ship 33 vorzeitig geplatzt ist, wird erwartet, dass Ship 34 die geplanten Ziele von Flug 7 nun angehen soll und dann hoffentlich auch in einem Stück kontrolliert auf die Erde zurückkommt. War da noch irgendwas letzte Woche? Ja, immerhin der Jungfernflug der drittgrößten Orbitalrakete, die je gestartet ist. Blue Origin feierte letzte Woche die New Glenn-Premiere, doch scheiterte an der Booster-Landung. Schon verrückt, wie hoch da mittlerweile die Latte liegt. Die erste Testmission der Schwerlast-Rakete New Glenn am 16. Januar von Cape Canaveral war aber trotzdem ein Riesenerfolg. Während die zweite Stufe erfolgreich die Umlaufbahn erreichte, scheiterte zwar die geplante Landung der ersten Stufe auf dem Schiff Jacklin im Atlantik, aber das war ja nur ein optionales Ziel. Was genau zum Verlust des Boosters während des Wiedereintritts führte, das ist bisher nicht offiziell bekannt. Die Hauptnutzlast der Mission war ja der Blue Ring Pathfinder, also ein Technologiedemonstrator für den geplanten Orbital-Schlepper von Blue Origin. Dieser blieb mit der zweiten Stufe verbunden und testete erfolgreich Kommunikationsenergie und andere Systeme. Laut Blue Origin-CEO Dave Limp erreichte die Mission ihr Ziel. Der Blue Ring Pathfinder erreichte mit einem Erdfernsempunkt, also das Apogeum von 19.000 Kilometer und einem Erdnächstenpunkt, Perigeum von 2400 Kilometer, die Zielumlaufbahn mit einer Fehlergenauigkeit von unter einem Prozent. Die Orbit-Wahl für die Oberstufe brachte Blue Origin allerdings auch Kritik ein. Ein Zerfall der Oberstufe in dieser Umlaufbahn, der könnte theoretisch Trümmer in die stark frequentierten niedrigeren und mittleren Erdorbits bringen. Laut Blue Origin befindet sich die Oberstufe jedoch in einer regelkonformen Umlaufbahn und wurde außerdem passiviert, um das Risiko von Trümmern zu minimieren. Zurück nochmal zur fehlgeschlagenen Booster-Landung. Die hat nämlich Konsequenzen. Die FAE bestätigt, dass der Verlust des Boosters beim Landeversuch als Anomalie eingestuft wird. Blue Origin wird für die FAE also eine Untersuchung der Unglücksursache durchführen. Die FAE muss die Ergebnisse dann der Untersuchung überprüfen und genehmigen, bevor die New Glenn wieder starten darf. Gefallen dir die Senkrechtstarter Raumfahrt-News? Dann den Like nicht vergessen und gerne abonnieren, damit du keine Raumfahrt-News mehr verpasst. Das Video heute, das wird euch übrigens von den Senkrechtstarter-Schutzengeln präsentiert. Das sind die Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Viele von ihnen machen das seit Jahren. Das hat meine Selbstständigkeit erst ermöglicht und diesen Kanalbetrieb ermöglicht. Ja, wenn auch du aktiv dabei mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau, unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. New Glenn und Starship, beides wiederverwendbare Raketen. Bisher wurde die Wiederverwendung ja nur in den USA und nur von SpaceX erfolgreich demonstriert. Am 18. Januar, da führte China einen wichtigen Testflug mit der Rakete Longsing 2 durch, um die Wiederverwendbarkeit von Raketen zu erproben. Es war der erste Testflug in große Höhen und sollte mit 75 Kilometern den Flug einer ersten Stufe nachstellen. Die Longsing 2, die wird als Testversion der wiederverwendbaren geplanten Langermarsch 12a gesehen. Ziel des Tests war es eigentlich, den ersten Raketenwiedereintritt zu simulieren. Die Rakete, die sollte eine Höhe von etwa 75 Kilometern erreichen, ein Wiedereintrittsburn durchführen und anschließend propulsiv im Meer landen. Der Test sollte eigentlich an einen erfolgreichen vertikalen Start- und Landeversuch im Juni 2024 anknüpfen. Dieser war bis zu einer Höhe von 12 Kilometern durchgeführt worden. Ja und das bringt uns zu den Raketenstarts der vergangenen Woche. Am Montag, 20. Januar, da ist von Jingquan eine Ceres-1-Feststoffrakete gestartet. An Bord befand sich ein Erdbeobachtungssatellit. Am Dienstag, 21. Januar, da ist erst vom Kennedy Space Center eine Falken 9 mit Starlink-Internet-Satelliten gestartet und kurz darauf eine weitere Falken 9 von der Westküste, ebenfalls mit Starlink-Satelliten. Beide Booster-Landungen gelangen, wobei die von Veneberg die 400. erfolgreiche Booster-Landung war. Am Donnerstag, 23. Januar, ist von Jingquan eine Langermarsch 6A gestartet. An Bord befand sich eine Gruppe von G60-Satelliten. Die 18 Kommunikations-Satelliten sind auf einer polaren Umlaufbahn unterwegs. Die Konstellation soll bis 2027 aus knapp 1300 Satelliten bestehen. Langfristig ist eine Erweiterung auf 12.000 Satelliten geplant. Am Donnerstag, 23. Januar, ist von Qicheng eine Langermarsch 3BE gestartet. An Bord befand sich ein experimenteller Kommunikationsathlet. Nicht so erfreulich laut Social-Media-Posts ging der eingesetzte Hypergole-Booster samt giftiger Resttreibstoffe wieder einmal auf ein chinesisches Dorf nieder. Von Opfern ist bisher nichts bekannt. Am Freitag, 24. Januar, da ist von Vendenberg eine weitere Ladung Starlinks gestartet. Ja und der Wochenabschluss am Samstag, 25. Januar, von Wingcheng die neue Langermarsch 8A. Es ist der Jungfernflug der 8A, die hauptsächlich mit Antriebsupgrades ihre Nutzlast von 5 auf 7 Tonnen im Vergleich zur Langermarsch 8 in den sonnensynchronen Orbit gesteigert haben soll. Die 8A, die soll zukünftig in der ersten Stufe wiederverwendbar werden. China plant ein massives Solarkraftwerk im Orbit. Auf einem Vortrag der Chinesischen Akademie der Wissenschaften wurde der Plan vorgestellt, mit einem riesigen Solarkraftwerk in der geostationären Umlaufbahn Energie auf die Erde zu schicken. Ziel wäre, Sonnenenergie in einer Höhe von rund 36.000 Kilometern zu sammeln und mittels hochfrequenter Mikrowellen zur Erde zu übertragen. Die Solaranlage im Orbit soll dafür über einen Kilometer lang sein. Am Boden soll ein Netzwerk aus Empfangsantennen die Energie aufnehmen und in Strom umwandeln. Während eine vollständige Umsetzung erst für 2040 geplant ist, soll das erste Kraftwerk noch in diesem Jahrzehnt die Technologie der Energieübertragung testen. Auf der chinesischen Tiangong-Raumstation soll nun ein Durchbruch gelungen sein. Zum ersten Mal wurde mittels künstlicher Photosynthese Sauerstoff und Grundstoffe für Raketentreibstoff aus CO2 direkt im All hergestellt. Ein möglicher wichtiger Schritt für die Zukunft der Raumfahrt. Die Shenzhou-19Q, die führte Experimente zur künstlichen Photosynthese durch. Dabei wurde Wasser und CO2 mithilfe eines speziellen Geräts in Sauerstoff und Ethylen umgewandelt. Ein Stoff, der als Treibstoffbasis dienen könnte. Das Verfahren, das ahmt den Photosynthese-Prozess von Pflanzen nach. Im Gegensatz zur ISS, die auf stromintensive Elektrolyse setzt, soll dieser Methode, die jetzt auf der chinesischen Station getestet wurde, deutlich effizienter und für längere Missionen besser geeignet sein. Auch Indien möchte wie China eine eigene Raumstation, vorher braucht es aber ein eigenes Raumschiff. Indien hat die Integration des Crew-Module-Propulsion-Systems am ersten Gagang-Jahren-Raumschiff jetzt abgeschlossen. Also das Antriebssystem. Als nächstes erfolgt die Integration des Avionik-Pakets, also der Flugsteuerung und der elektrischen Verkabelung. Der erste Orbitalflug des indischen Crew-Raumschiffs, der soll noch in diesem Jahr stattfinden. Nach drei orbitalen Testflügen ohne Crew plant man dann den ersten Flug mit Crew für 2026. Ich hatte letzte Woche schon über das erste erfolgreiche indische Docking gesprochen. Nach dem ersten erfolgreichen Andocken am 16. Januar will die indische Isro nun mit Hilfe eines weiteren Andock-Versuchs den letzten Annäherungs- und Andock-Teil perfektionieren. Derzeit wertet man die Daten aus, die Bord-Sensoren während des ersten Andock-Versuchs gesammelt haben. Sobald die Analysen abgeschlossen sind, wird die Isro die beiden Satelliten abkoppeln, voneinander trennen und für einen weiteren Andock-Versuch wieder zusammenführen. Da man sich diesmal nur auf den letzten Teil der Annäherung und des Andockens konzentriert, werden sich die beiden Spadex-Fahrzeuge nur bis zu 100 Meter voneinander entfernen, bevor sie sich wieder einander annähern und docken. Die beiden Spadex-Satelliten, die sind mit einem verkleinerten Docking-Adapter ausgestattet, der dem internationalen Docking-Adapter ähnelt, den man auch an der ISS nutzt. Die ESA macht in der Lightship-Initiative einen Schritt in Richtung kosteneffiziente Mars-Missionen. Ziel ist das Entwickeln eines interplanetarischen Raumfahrtschleppers, der Satelliten und oder Nutzlasten in den Mars-Orbit befördert und anschließend als Datenrelais-Satellit dient. Das Lightship-Programm soll die Kosten für Mars-Missionen drastisch senken und den Zugang zum Roten Planeten erweitern. Die aktuellen Studien, die sind Teil des Preparation-Programms, das die Grundlagen für zukünftige ESA-Aktivitäten legt. Interessant, die Studien, die konzentrieren sich ausschließlich auf die Entwicklung der Satelliten-Plattformen und nicht auf spezielle Nutzlasten. Man will verstehen, welche Fähigkeiten für kleine, kostengünstige Plattformen in Europa verfügbar sind und wie sie für die besonderen Bedingungen des Mars angepasst werden müssten. Ob Lightship letztendlich umgesetzt wird, das entscheidet sich noch in diesem Jahr auf der ESA-Ministerratskonferenz. Genehmigt die Konferenz das Projekt, dann könnte die erste Lightship-Mission im Jahr 2032 starten. Boeing geht davon aus, dass insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar an Abschreibung für fünf Programme in der sparte Verteidigung, Raumfahrt und Sicherheit anfallen werden. Aber auch dem gesamten Konzern Boeing, dem geht es ja nicht gut. Insgesamt erlitt Boeing 2024 einen geschätzten Jahresverlust von mehr als 11,3 Milliarden Dollar. Der Starliner wäre für 400 Millionen US-Dollar verantwortlich. Hauptanteil an den Verlusten trägt mit 800 Millionen US-Dollar der Lufttanker KC-46A. Ja, das Starliner-Programm hat seit der Rückkehr ohne Crew zur Erde im September 2024 wenig Fortschritte gemacht. Bei dieser Mission, da traten ja Probleme mit den Triebwerken auf, obwohl die Landung dann in White Sands New Mexico sicher verlief. Die NASA entschied sich, die Astronauten Budge Wilmer und Sunita Williams an Bord der ISS zu lassen und damit ein Crew-Drag zurückzubringen. Inzwischen wurde die erste reguläre Starliner-Mission auf frühestens Ende 2025 verschoben. Die NASA nutzt weiterhin jetzt SpaceX Crew Dragon für die ISS-Missionen Crew 10 im März 2025 und Crew 11 Sommer 2025. Die NASA betont, dass der nächste Starliner-Flug erst erfolgen wird, wenn die Zertifizierung des Systems abgeschlossen ist. Dies könnte bedeuten, dass Boeing vor weiteren Herausforderungen steht, um den Zeitplan und die Kosten unter Kontrolle zu bringen. Laut dem neuesten Bericht von Space Capital könnte 2025 ein Jahr des Umbruchs für die Raumfahrtindustrie werden. Die Prognose, Konzerne wie Boeing und Airbus, die könnten sich von Teilen oder sogar komplett von ihren Raumfahrtsparten lösen. Das wäre ein radikaler Schritt, der die Karten im kommerziellen Raumfahrtsektor neu mischen würde. Space Capital geht sogar so weit, 2025 als eines der transformativsten Jahre in der Geschichte der Raumfahrt zu bezeichnen. Laut Space Capital kommen große Luft- und Raumfahrtkonzerne nicht mehr mit dem rasanten Tempo der Raumfahrtentwicklung mit. Fazit Boeing steht im Raumfahrtsektor vor großen Herausforderungen. Die wiederholten Verzögerungen und hohen Kosten im Starliner- und SLS-Programm werfen Fragen auf, wie es für das Unternehmen in diesem Bereich weitergeht. Gleichzeitig könnten große strategische Entscheidungen der Politik die gesamte Raumfahrtindustrie beeinflussen. Gerade in den letzten Wochen erreiche ich mich viele Kommentare über Politik. Auf Senkrecht startet, da soll es um Raumfahrt gehen und so nehmt es mir bitte nicht übel, wenn ich mich da nicht äußern möchte. Es gibt eine Ausnahme, wenn es um Raumfahrtpolitik geht. Ziemlich bemerkenswert, dass die zweite Amtszeit von Donald Trump mit ehrgeizigen Plänen für die Raumfahrt, insbesondere der Aussicht auf Mars-Missionen mit Crew begann. Am bemerkenswertsten vermutlich folgender Satz, wenn wir ihn jetzt mal frei übersetzt. Wir werden unserer offensichtlichen Bestimmung zu den Sternen folgen und amerikanische Astronauten starten, um die amerikanische Flagge auf dem Planeten Mars zu platzieren. Trump bezeichnet die Amerikaner als Entdecker, Baumeister, Innovatoren, Unternehmer und Pioniere. Ähnlich wie zur amerikanischen Gründerzeit mit dem Drang nach Westen soll nun die amerikanische Reise zu den Sternen beginnen. Die Raumfahrtambitionen der USA sind in der vergangenen Woche definitiv sehr gewachsen. Wie das passieren soll, das ist noch nicht so ganz klar. Während Trump seine Mars-Pläne skizzierte, da sorgte ein Führungswechsel bei der NASA für Stirn und Runzeln. Nach dem Rücktritt des bisherigen NASA-Administrator Bill Nelson und seiner Stellvertreterin Pam Melroy, mit dem Ende der beiden Regierungen, blieb zunächst unklar, wer die Behörde interimistisch leitet. Die Webseite der NASA, die zeigte Jim Free, den assoziierten Administrator der NASA und ranghöchsten Zivilbeamten der Agentur und damit zeitgleich als amtierenden Administrator. Traditionell übernimmt der assoziierte Administrator der NASA die Interimsleitung, bis der neue Administrator übernimmt. Gleichzeitig gab aber das Weiße Haus bekannt, dass Janet Petrow, die Direktorin des Kennedy Space Centers, diese Rolle übernehmen werde. Es wird gemunkelt, dass Jim Free sich zu sehr für die bestehende Artemis-Infrastruktur aus SLS und Orion eingesetzt hat und nun aber gerade diese auf dem Prüfstand steht und durch kommerzielle Alternativen ersetzt werden könnte. Bereits im letzten Jahr nominierte die zu dem Zeitpunkt erst designierte Trump-Administration Jared Isaacman als neuen Administrator der NASA. Isaacman, Milliardär und Gründer des Zahlungsdienstleisters Chifford, ist vor allem als privater Astronaut bekannt. Er flog bereits auf zwei SpaceX-Dragon-Missionen. Isaacmans Nominierung, die muss noch vom Senat bestätigt werden. Mit Beginn der zweiten Trump-Administration bleibt auch die NASA nicht vor politischen Veränderungen verschont. Wie SpaceNews.com berichtet, wurde die Raumfahrtbehörde angewiesen, sie müsse ihre Programme und Büros zur Diversität, Gleichstellung, Inklusion und Barrierefreiheit einstellen. Die Anordnung erfolgte nach zwei von Präsident Trump unterzeichneten Exekutivverfügungen. In einer internen E-Mail informierte NASA-Interims-Administratorin Janet Petrow die Mitarbeiter über die neuen Vorgaben. Laut Petrow hätten diese Programme Amerikaner nach Rasse gespalten Steuergelder verschwendet und zu beschriebener Diskriminierung geführt. Vielleicht ganz interessant, 2017, während der ersten Amtszeit von Donald Trump, da wurde die NASA unter anderem angewiesen, Kommunikationsmaterialien, die den Klimawandel erwähnen, zu löschen oder einzuschränken. Am 21. Januar unterzeichnete Finnland die Artemis-Accords und wurde damit das 53. Mitglied des internationalen Abkommens für sichere und nachhaltige Raumfahrt. Wirtschaftsminister Wille Rittmann, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, erklärte, die Teilnahme eröffnet der finnischen Raumfahrtbranche neue Möglichkeiten in der Weltraumforschung. Inwieweit das Artemis-Programm in Zeiten von America First weiter auf internationale Partnerschaften setzt, das bleibt abzuwarten. Die USA und Norwegen haben ein Abkommen unterzeichnet, das den Export amerikanischer Raumfahrttechnologien für Starts in Norwegen ermöglicht. Das Abkommen eröffnet amerikanische Satelliten und potenziell auch US-Trägerraketen die Möglichkeit von Andoja Spaceport auszustarten. Der Weltraumhafen, der auf einer Insel oberhalb des Polarkreises liegt, der erhielt im August die Genehmigung für Orbitalstarts. Ja, und da auch gute Nachrichten für deutsche Raumfahrtfans. Die norwegische Regierung hat zur gleichen Zeit bekannt gegeben, dass Isar Aerospace den Erstflug seiner zweistufigen Spektrum-Rakete in den nächsten Monaten durchführen wird. Eigentlich sollte der Start noch Ende 2024 stattfinden, aber das nordische Wetter, das soll das Testprogramm immer wieder verzogert haben. Die Startzeit kommt in der Woche im Schnelldurchgang. Am Montag, 27. Januar, Starlinks von Cape Canaveral. Am Dienstag, 28. Januar, aus Texas, New Shepard, Suborbital. An Bord befinden sich Suborbitaler Experimente für wissenschaftliche und kommerzielle Zwecke. Am Mittwoch, 29. Januar, aus Indien eine GSLV Mark II. An Bord befindet sich der Navigationsatelier NVS-02. Auch am Mittwoch, 29. Januar, eine Falcon 9. An Bord befindet sich der Kommunikationsatelier Spain-Sat New Generation 1. Am Donnerstag, 30. Januar, von Cape Canaveral, noch eine Falcon 9. An Bord befinden sich Starlink-Satelliten. Ja, und der Wochenabschluss, voraussichtlich Samstag, 1. Februar, vom japanischen Tanigashima aus, eine H3-22S. An Bord befindet sich der Navigationsatelier Michibiki 6. Ja, ich hoffe, die News, die haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen und auch das Abo schadet nicht. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend, möchte man nicht verpassen. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön särgig bleiben. Dein Mau.